Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Wir befinden uns in Rheinhausen und fahren heute die Linie 51 von Herrenholz nach Juliansberg. Ich habe euch den Van Hool 330 mitgebracht, den Doppelgelenkbus. Ich finde, der ist richtig klasse. Man muss echt loben. Dann werden wir uns mal durch Rheinhausen mit dem großen Bus. Ich zeige euch, was der Bus schönes kann. Dann steigen wir erstmal in die Karre ein. Dann machen wir die Tür auf. Oh, die Wende geht hier nicht. Da ist nämlich ein Fehler drin. Die Klappe kann man nicht öffnen. So, dann steigen wir mal ein. So, dann machen wir die Tür zu. Dann zeige ich euch mal den Innenraum. Halt. Also, ja gut, ich habe die Bestuhlung noch nicht um die Textur. Was ich ein bisschen leider schade finde, ist dieser Fehler oben. Ob das so gewollt ist, ist mir fraglich gestellt. Sonst, der Bus hat wirklich sehr gut. Der ist ja jetzt gepatcht worden. Ihr könnt eigentlich fast alles machen. Wir machen mal die Tür aufmachen. Ach, wir sind jetzt hier in der Tür. Oh, bitte. Das dürfte eigentlich hier jetzt nicht sein. Wenn ihr jetzt einen Rollstuhlfahrer einsteckt, müsste das eigentlich zu bleiben. Das ist mein Detail. Aber naja, gut. So, dann werden wir mal den Fahrplan haben wir schon angenommen. Dann machen wir mal kurz die Uhr vollstellen. 15. So, dann braucht man nämlich nicht. 19. So, machen wir mal den Motor an. Ich finde, der ist auch nicht so laut, der Bus. So. So. So, dann machen wir mal. So. 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 Die Strecke Guten Tag, hallo. Hallo. Ich habe gemerkt, bei euch ist das letzte Video sehr gut im Fall. Ich bin von Rheinhausen angekommen, da dachte ich, präsentierst du nochmal eine neue Folge. Nächste Haltestelle Neuweide Technische Hochschule. 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 Nächste Haltestelle Neuweide. Die Bus gibt es in drei Ausführungen. Nächste Haltestelle, Reinholdburg. Viele haben mich schon angeschrieben wegen der Grafik. Ihr müsst euch den Speed up um die Form runterladen. Jetzt haben wir Stau. Jetzt haben wir hier Stau. Das ist typisch Berufsverkehr. Die stehen mitten auf der Kreuzung. Soll man eigentlich nicht? Gut gehabt. Ich bin heute den ganzen Tag unterwegs. Deswegen brauchen wir ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Weiß ich nicht. Also, manchmal die Fahrgessen. Nächste Haltestelle, Hauptfriedhof. Die Räumean sind wir hier bei der Räumean und in der Räumean. Auch da sind wir hier bei der Räumean. Jetzt haben wir es etwas mehr. Wir haben hier bei Räumean. Ich bin heute in der Räumean. Wir sind hier in der Räumean. Ich bin heute in der Räumean. Wir sind hier in der Räumean. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle Mannheimer Straße. Hallo. Oh, was ist das denn jetzt hier? Nächste Haltestelle Heidelberger Weg. Guten Tag. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle. 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 Robert Kochhaus, Universität. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Tag! Hallo! Ich muss leider kurz mal außen fahren, weil hier geht drastisch die FTS runter. Ja, frag mich nicht warum. 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 Na, verpisst du dich da? Ja, frag mich nicht warum. 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 Hallo. Ja, frag mich nicht warum. Nächste Haltestelle, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Nächste Haltestelle, Helmerbad. Jetzt habe ich wieder meine Fotos gefehlt. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo! Schade finde ich, dass du den Rest vom Fahrplan hier auch nicht leben kannst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Haltestelle, Friedrichstraße. Die Flucht- und ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, hallo, guten Tag, hallo, hallo. Nächste Haltestelle, Wilhelm Riesinger-Krieg. Hallo, hallo, guten Tag, hallo, guten Tag, hallo, guten Tag, hallo, Hallo, hallo. Nächste Haltestelle, Wilhelm Riesinger-Riegueg. Die Stadt ist ein schönes Wettbewerb, aber es ist ein schönes Wettbewerb. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Komme ich noch was zurück? Danke. Nächste Haltestelle, Schleswigabplatz. Also wenn ihr Bock habt, schaut mal bei dem Kanal von Carsten H. vorbei, Link findet ihr natürlich in der Buchstabenbeschreibung, wie immer. Nächste Haltestelle, Juliansberg. Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahn. Diese Fahrt endet dort. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ihre RVB Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wäre schön, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Tschüss im Baldi, sagt euer Brandenburger. Bis bald. Ciao, ciao.